Was sind das für Tentakeln? Wieso wächst überall so ein Scheiß? Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott! Was ist das? Was soll das sein? Was soll das sein? Wenn das jetzt hier reinkommt, bin ich tot. Ich hab Angst! Was ist das? Es wird leichter. Okay, ähm, Sieh das so aus, als ob hier die Treppe hochgeht, ne? Wieso quietscht das so? Bitte lass mich nicht runterkrachen. Was? Jetzt, Moment, Moment, jetzt langsam. Fische, Fische, okay. Ich sah es auf der Rückseite. Oh, shit, war auf den anderen Bildern auch was auf der Rückseite? Das hab ich gar nicht geguckt. Was war denn das für ein Roboterviech da gerade? Okay. Ich musste mir alle mal angucken. Okay. Was haben wir hier? Amy und Carl. Pathos Buddies, okay. Amy und Carl. Die zwei scheinen irgendwie eine wichtige Rolle da drin zu haben. Ähm, hier bin ich jetzt hochgekommen. Wir schauen uns kurz nach hier um. ID. Hab ich nicht. Okay. Ich möchte raus, bitte. Okay. Was ist das? Lockdown-Vorgang eingeleitet. Für Details bitte. Terminals prüfen. Okay. Da ist das Gleiche. Da kann ich gerade auch nichts machen. Wahrscheinlich muss ich gleich irgendwo was finden. Wir gehen jetzt erstmal kurz in diesen Raum da. Indem wir nicht reinkommen. Okay. Heißt das überhaupt, dass ich mich da verteidigen kann? Kann ich mir irgendwie... Muss ich mir Waffen besorgen? Oder was? So, hier komme ich rein. Ja, dann rede. Oder mach irgendwas. Was? 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 Damit kann ich nichts machen. Aber wieso soll ich das werfen wollen? Wer ist da? Ich komme runter. Kann ich mit dir reden? What are you? Jawoll! Carl? Carl? Carl Semken? Wrangler? Any of this sound familiar to you? I... No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you... Human? Shit. Did my body give it away? I try hard to save a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Ja, aber kann ich dir nicht helfen? What's wrong with your... Everything? You're diving in sewage or something? So... Where are you exactly? Are you for real? I'm right here. See you weaning? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, okay. I'm just gonna be... I'm not seeing it. I see a machine. A robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remote in a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but lightly. Anyway, I was just dealing with some heat shields and... That's my last clay memory. Bedeutet das? Weil ich hab ja einen Gehirnschaden, dass ich mir da vielleicht jetzt auch so ein paar Sachen einbilde. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too on a way to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know. Could you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wide to the helper, but... Eh, pretty farfetched. Listen, I don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Find someone who can help. Yeah, man. Gott, hey, schlimmer als meine Mutter. Okay. Ich kann anscheinend hier was machen. Oh, oh. Ey, tut mir leid. Aber ich muss das wahrscheinlich machen, um oben reinzukommen. Ich gucke jetzt kurz nochmal, ob ich was finde. Ansonsten muss ich das nämlich anmachen und du musst halt so lange leiden. Oh, da kann ich dann hier was machen. Moment mal, kann es sein, dass er das abkriegt, weil da dieses Wasser runterläuft? Nö, fickt er nicht, deswegen. Gucken wir mal, was passiert. Oh Gott, ich kann trotzdem noch nichts machen. Oh Gott, ich kann trotzdem noch nichts machen. Ja, das habe ich jetzt mitgekriegt. Du kannst nicht. Halt mal, ich habe es noch gar nicht hier entlang versucht, ne? Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Kann sein, dass ich das halt machen kann, wenn ich das... Sorry, es tut mir wirklich leid. Ich muss. Ich behalte mich schon. Tut mir leid. Es geht nicht. Hey. Was soll ich denn machen, um Himmels Willen? Okay, Robby, bleib cool. Ich werde es rausfinden. Auch wenn es wahrscheinlich eine Ewigkeit dauert. Warnung. Online. Offline. Ich kann damit halt gar nichts anfangen. Vielleicht habe ich drinnen was übersehen. Moment mal. Oh, das hat es übersehen. Ja, das ist dumm. Geil. Meine erste Leiche. Ich bin stolz auf mich. Oh Gott, er ist tot. Er ist tot. Nee, der liegt da nur rum, weil er sich ausruhen will. Sam can call ID. Ah, dann wenigstens habe ich seine ID. 0722. Da geht es noch höher. Oh Gott. Der gibt mir so einen Kack-Anzug, dass ich mich einfach besser fühle. Äh. Sofort umkehren. Wir haben Y-Lan verstiegelt. Um den weiteren Betrieb zu gewährleisten, vermassle das nicht. Okay. 0735. Ich glaube, ich schreibe mir das mal kurz auf. Ähm. Amy. 0735. Azardo. Okay. Kann ich hier einen Anzug haben? Nein. Und hier ist gar nichts drin. Ich brauche wahrscheinlich nämlich beide IDs. Oh oh. Ich glaube nicht, dass ich das auch machen sollte. So, da kam ich nicht hin. Jetzt checken wir dich noch... Oh. Oh. Oh! Geil, okay. Samkin Carl, Samkin Carl, ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich den Namen eingeben muss. 0722. Ups. Ups. Okay. Hier hätten wir dann alles. Dann schließen wir das mal. Gehen an diese Computer hier nach vorne. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Hier stand nichts. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Ändern. Jetzt gebe ich einfach mal die Nummer hier von Amy ein. 0725. Einloggen. Äh, okay. 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 Ähm. E-Mail. E-Mail. Sieht es nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass die Stromproduktion unterbrechen könnte, könnten, wenn wir weg sind. Irgendwelche Vorschläge? Amy Azzaro. Ähm. Okay. 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 Und... Was war das da? Und leider gibt es keinen universellen Notausschalter. Da wir wohl nicht nach Y zurückkehren werden, könntest du es mit dem Versiegeln von Sektoren probieren, damit die Helper nicht in wichtige Bereiche vordringen können. Ah. Also diese Maschine, die wir jetzt da vorhin gesehen haben, oder was auch immer das war, das war ein Helper. Also so eine... so eine... so ein Roboter. Und die scheinen immer unberechenbarer zu werden. Das heißt, vielleicht killt er mich dann auch. Höchstwahrscheinlich. Powermanager. Äh. Okay. Zurück. Personal. Zurück. So. Jetzt kann ich hier rein. Hat sie auch einen Lichtschalter. Na also. Okay. Wir haben immer jede Menge Feuerlöscher. Was ist das hier? Was ist das denn? Eine Kurzvorstellung der CCRV7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument der Beobachtung ihrer Allgemeinverfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an WOW gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit Ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistungen folgen Sie bitte den Auto-Auto-Auto-Injektor-Anweisungen. Achso, Auto-In... Oh Gott, Robby, Alter. Auto-Injektor-Anweisungen. Ähm. So, stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Okay. Moment. Was? Jetzt muss ich das doch kurz nochmal lesen, verdammt. Äh, zur Beobachtung allgemeiner Verfassung. Sie misst vielerlei Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese werden kontinuierlich an WOW gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos, damit Ihnen die Station in jeder Situation angemessen im Klima bleibt kann. Für optimale... Okay, aber... Muss ich das jetzt für irgendwas benutzen? Bin mir jetzt gerade echt unsicher. Oh, er hat nicht drunter fallen. Oh mein Gott! Ähä. 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 Mir fällt alles unter den Tisch, Mann. So, bleib einfach da liegen. Ja. Ich kann jetzt gar nichts anfangen. Oh, was ist das denn? Genau. Fassen wir einfach mal überall hin, was aussehen könnte wie ein Arschloch. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht wieder? Okay. Melden wir uns mal an. Als... Carl. 0722. Status. Bla, bla, bla. Eventlog. Bla, bla, bla. Ausgangs-Leistung. Ausgangs-Leistung. Okay. Dann gehen wir hier nochmal rein. Power-Manager. Es ist wenig Strom, keine Lösung gefunden. Schalten Sie eine der hervorgehobenen Sektoren ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale abzuleiten... äh, umzuleiten. Muss hier hin? Okay. Okay. Aber wahrscheinlich muss ich als erstes hier hin, weil hier sonst mal ein Kumpel rumschreit. Okay. Probieren wir es. Zurück. Wir können es ja auch ganz kurz nochmal bei ihm probieren. Vielleicht hat sich jetzt... Ne, da hat sich eigentlich nichts verändert. Also muss ich hier hin. Und dann hier hin. Aber ich kann mir nicht rein. Es sei denn... Steht hier, was das ist? Ne, steht hier nicht. Ich gucke jetzt nochmal unten in der Maschine. Was passiert, wenn ich das da jetzt hier mache? Alles wird gut. Hier passiert nichts. Oh. Okay. Nichts. Entschuldigung. Mein Gott. Der ist empfindlich, ey. Heißt, wir gehen hier rein. Ähm, Power Manager. So, wir müssen hier rein. Aber was ist das hier für ein... Schalten Sie eine der hervorragenden Sektoren ab? Blablabla. Okay. Ähm. Ich muss jetzt hier irgendwas anmachen. Okay. Könnte nicht sein, dass ich das jetzt aufgemacht habe? Ich gehe nochmal zurück. Aha! So. Und dann... Bitte lesen. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Oh, oh. Jetzt habe ich Angst. Okay. Wir fassen erstmal nochmal hier drauf. Weil wir immer alles anfassen wollen. Ah. Und wir ziehen das da runter. Oh Gott. Achso, ich kann da nicht rein. Gut. Puh. So, ich hoffe, das war jetzt ein sehr triftiger Grund. Nein. Nein! Ich kann dir nichts machen. Ist das ein Versteck? Ich weiß nicht, ob ich was höre. Was habe ich gemacht? Was ist denn das für Stimmen? Wo ist das Ding? Komm, ist hier rein? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstanden habe. Jetzt schlafen Sie, ob ich das nicht verstanden habe. Ich bin der Schlafen. Schlafen Sie sich nicht ein Schlafen. Ich bin der Schlafen. Oh, nein. Ich bin der Schlafen. Okay, ganz cool bleiben. Ich hoffe, dass ich jetzt das Richtige mache. Scheiße, komm schon. Ich weiß nicht, wo der ist. Was ist hier, Nex? Okay, okay, okay. Auf jeden Fall, wir obachten jetzt, Robby. Wo ist er? Okay, okay. Ich glaube, das geht einfach überhaupt nicht mehr, oder? Wieso denn, Nex? Was soll ich tun? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ah. Oh Gott. Ich weiß, was ich machen soll. Kann ich so ein Ding nehmen und... Nee. Ich will nichts riskieren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin echt zu dumm dafür. Ich hab voll Angst. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot! Der ist hinter mir! Was muss ich machen? Ich bin tot. Ja... Tschüss, Wichser! Ja! Puh! Yo! Geil! Hä? Josie, how's the evac coming along? We got everything we need to move, but we can't leave the plant without supervision. Adams decided to leave Amy, Asaro, and Carl Sunkett to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on a schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass it on a bolt check. Josie, lovely morning for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Carl. They'll be doing the talking as soon as I'll leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hello. I'm a guy for a strange dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. Why don't we arrive? All right, Johnson, keep it safe. Hey, hello. Theta. Upsilon, what's up? We could really use direct contact with Heather. I mean, site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumarm Relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center. And if you want, I'm pretty much always here. Ready to relay anything by hand. And I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right. We just have to make due. Got you later. And that's the last one. Okay. Ups. Wir gehen hier wieder raus. Und dann würde ich sagen, wir fassen nochmal das Arschloch hier an. Wieso hat... Wieso hat denn der Typ immer dieses Verlangen, diese Dinge anzupassen? So. Nordamerika, Landische Ozean, Afrika, Europa. New York. Status offline. Letzter Kontakt, 10. Januar, Nachricht John C. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Ypsilon zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse, Ben. Okay. Halt, ich wollte mir der Sound angucken. Nachricht über die Verteidigungsmaßnahmen, letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft. Die Kollision doch noch zu vermeiden, sind wir geschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Geschätzte Zeit bis zum Aufschlag, 5 Stunden 13. Liebesfräulein, Wiktis John Stottier. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Ypsilon und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihre Vorgesetzten, Jane Addams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Mit freundlichen Grüßen, Systemdirektor James Bloom. John C., du magst ja die weitaus besseren Überlebenschancen haben. Wir aber haben die bessere Aussicht. Was ist denn das für eine Arschloch-Nachricht? Ey, hören Sie mal. Okay, hier hat es nichts mehr. Oh, ein großer gelber Knopf. Drücken wir den mal. Okay. Blumaling unterbrochen. Manual. Elle Eingabe erforderlich. Y-Tetal. Ähm, ich probiere es einfach mal. Okay. Y geht nicht. Dann probieren wir mal. 2202. Moin. Hä? Muss ich jetzt diese Ausrichtung hier manuell einführen? Okay. Oh. Hier war es ganz gut. Weiter rüber. Jawohl. Verbunden. Und jetzt? Dann probieren wir es mal mit Lamp-Da. 2203. Ähm, da scheint es hier. Oh, hier wird es gut. Es wurde in der Mitte. Ich habe die Köln im Domes. Oh, das ist besser. Simon, war es? Ah. Jarrett. Simon, Jarrett. Hi, Simon. Ich bin Kathrin. Ja, ich habe. Und eine Leiche. Und stop. Oh, Gott. Was? Bin ich tot? Bin ich tot? Was? Hä? Ich kann... Ich kann schwir... Was? Das macht doch gar keinen Sinn jetzt gerade, oder? Oh. Okay, ich scheine jetzt... Also... Das ganze Unterwasser-Ding ist zusammengebrochen und ich bin jetzt... Draußen. Oh, Gott. Da kommt jetzt was auf mich zu. Oh. 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 Oh.